Die Art Basel-Woche ist natürlich die spannendste Woche für Basel, es ist aber auch die emotionalste Woche für Basel. Es ist der Moment, wo Menschen aus der ganzen Welt hier herreisen, die Stadt möchten erleben, die Art Basel möchten besuchen, aber natürlich auch die ganzen Museen, Restaurants, Hotels, die gesamte Kulturszene, wir mit unserer Galerie und alle unsere Kollegen und Kolleginnen etwas erleben, wie es sonst durch Jorn nicht stattfindet, aber auch keine andere Kultur und Messe oder Kunst statt, sich vergleichen kann. Das ist wirklich der Moment, wo Basel und Art Basel absolut unik sind. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Es ist eigentlich 43 Jahre alt.